Musik macht Emotionen erlebbar, braucht keine Sprache und schafft es aus absoluter Stille etwas Wunderbares zu schaffen. Die Musik entsteht nicht durch die Töne, sondern was zwischen den Tönen passiert. Ich finde die Umgebung spielt eine unheimlich wichtige Rolle beim Musizieren. Man kann hören, wo sie gespielt worden ist. Das ist das Loslassen und dann entsteht die Magie. Im Kölnitz finden wir die Ruhe und die Konzentration in Musik entstehen zu lassen. Wir sind hier auf einer Insel. Man ist so ein bisschen gezwungen, sich hier mit der Sache zu beschäftigen, für die man eigentlich da ist. Dieser Ort hat keine Termine. Und so sind die schönsten Dinge in der Geschichte der Menschheit eigentlich entstanden, indem sich Leute hingesetzt haben und Zeit hatten. Für mich bedeutet Musik, dass ich mich komplett im Augenblick verliere und an nichts anderes denken kann und muss. Das ist für mich das Leben. Ohne Musik geht gar nichts. Musik Ein Ort wie dieser ist ideal. Das erweckt bei den Menschen ein Gefühl von Besonderheit. Ein Ort wie diesen, wo sich Profis und Amateurmusiker auf absolute Augenhöhe begegnen. Gibt es in Sachsen sonst nirgends. Musik 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 Musik